Michael, ich kenne dich, seit du ein Kind warst. Du hast eine Gabe. Hattest du immer. Wenn es eine Heilung für deine Krankheit gibt, wirst du sie finden. Ich hätte schon vor Jahren sterben sollen. Warum bin ich noch hier, wenn nicht um das zu heilen? Ich habe eine seltene Blutkrankheit und mir läuft die Zeit davon. Das könnte meine letzte Chance sein. Du hast etwas vor, was ist es? Es ist nicht ganz legal. Ich will nicht, dass du noch mehr Schmerzen erleiden musst als ohne Hinschon. Das wäre ein Heilmittel. Um welchen Preis? Michael, was ist passiert? Ich war dem Tode nah und fühle mich jetzt lebendiger denn je. Erhöhte Kraft und Geschwindigkeit. Und ein übermächtiges Verlangen nach Blut. Wie weit ist es uns erlaubt zu gehen, um etwas zu beheben, das kaputt ist? Bis das Heilmittel Schlimmer ist als die Krankheit. Michael Morbius hat es satt, den Gutmenschen zu spielen. Wie geht's doch? Gut, gut! Jetzt bin ich, gut! Alsoe, dass wir das nicht jetzt beheben sind. Bei euch sind die Krankheit. Das ist nicht alles. Ja, ich bin, gut! Aber ich bin, gut! Ich bin, gut! Ich bin, gut!